Ups Meint er den hier? Ja, kann sein Ja, wahrscheinlich wirklich da vorne oben Ja, der andere Hügel ist vor der Kanone von uns Richtiger Hügel? Ja, schützen bitte links von mir Ja, genau da Vercampen Und rechts gucken, wen ihn hat Denk dran, es geht erstmal nur darum, den Feind ausfindig zu machen Jawohl Ja, aber ich hab's Ja, Sichtkontakt Nord-Osten Sichtkontakt Nord-Osten Der die Köpfe von denen Wenn das Jäger sind, können die uns sogar beschießen Wenn sie auch unsere Jäger sind, weißen wir auch schon Also wir sind jetzt extra gut gezahmt Sofort melden, wenn ihr irgendwas seht Also wir sind echt gut getappt Ja, zwischen In Richtung Nord-Nord-Osten Sehe ich Köpfe hinter dem Übel heraushang Ich weiß nicht, ob das unsere Leute sind Unsere Eben wirken Zwischen den Tannen Bewegen sich gut Jawohl, ich seh's Ist auch nicht Ich hab schon vorher schon mal nichts Aber das ist nicht so gut ne? Manchmal wohl Quark Ich glaub das war eher ne Ente, aber egal Wie das aussieht Bewege sich Richtung Westen Da vorne Oh, ich hab das Display ausgemacht Kontakt, ich glaub das sind Jäger, Rego und Snorden Etwas links an den Tannen Ihr glaubt da sitzen, bitte Ich muss ein ganzes Position wechseln Jäger und eine Linie Besserwatter zurück, Besserwatter zurück So hast du eure Waffen über den Hügel guckt Hinter den Hügel, hinter den Hügel, hinter den Hügel Klein machen Wir wagen bis die Grenadiere da sind Dann werden wir das Feuer öffnen Okay, Waffen wieder raus Die Linie rückt vor Die Linie rückt vor Die Linie rückt vor Linie rückt vor Schützenkette rechts von mir Okay Vorrücken, dass das Gewer über den Hügel guckt genau Och geht Freies Feuer, Schützenkette rechts ja freies feuer guckt das die läuft ein bisschen nach wir dürfen ein bisschen nachvoll setzen drücken doch ein schuss nicht mal erlaubt links jäger und bald die verdammte scheiße ging hinter mir ich springe ich springe hin drucken langsam folgen vor uns sind jäger wir bekämpfen die wenn es in ordnung ist aufstehen habt ihr alle nachgeladen ja wir machen gleich eine salbe und wenn ein gegner noch ein anderer gegner kontakt wird machen ob es macht gleich einfach eine salbe auf die jäger ladet nach und ziehen wir uns zurück ja wir müssen jetzt noch so dieser vorsprung da ja auch von rechts lang ok schützen könnte rechts mehr leben freies feuer ein schuss hat getroffen die hinter mir sie im lauf aufstehen ihr müsst ihr sich zurückziehen manchmal sechs leute wo ist der ich frage mich ich bin tot also habe ich das passiert von der freundlichen lager wir wollen das war sie daran sie haben alle nachgeladen richtig ja sie dürfen einen schuss los jetzt bevor sie rein stürmen wissen dass sie das beste daraus jäger links für uns für uns halt direkt zu dem gegner schon leider hinten ich sehe ein offizier ja zwischen nord aus immer weiter vorrücken immer weiter für nichts stehen bleiben wir überwältigen die einfach gleich dazwischen wo hast du erschossen oder was ich ja irgendwie erstochen wollte ansetzen auf die leute auf dem bühel oben und dann war ich auf einmal wenn es geht die feindliche artillerie zuerst aus hallo es kommt zick zack zick zack opfern schatz will ich drücken ja 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 ich glaube ich wurde gerade im 26 beleidigt wenn wir das jetzt verlieren ne das gibt so einen anschiss Der Generalfeld wahrscheinlich geht in den Nahkampf. Das muss immer an sein. Ja, ich guck mir das auch an mit dem YouTube. YouTube guckt auch zu. Du weißt YouTube an? Ja. Das gilt an unseren eigenen. Für das preußische Vaterland! Und der Zähne wird die Brust gezogen.